Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von die Sims 4 aus der 100 Baby Challenge. So. Ja, da hat jemand Spaß. Ich mag das, wenn die so miteinander spielen. Er hat Juni-Teile erhalten. Okay, die kann er gleich mal abgeben. Zweifelsfall braucht Carla die. Das kann man eigentlich verkaufen. Das auch. Und das auch. Berundert. Mit Miki plaudern. Spiel du mal mit ihm. Vielleicht kriegst du dann auch Spaß. So, hast du was gegessen? Noch nicht, aber du kannst jetzt erstmal aufs Klo gehen. Aufs Töpfchen gehen. Traurig. Weil gespielt hat. Oh mein Gott. Okay, ist also kein Kind, mit dem man spielen kann. Ich sehe schon. Er muss auch aufs Töpfchen. Du kriegst mal das Ekligere. Müssen wir gleich noch sauber machen. So, kriegst du Spaß? Ja. Sehr schön. Also das macht ihm auch Spaß. Zumindest mal weitestgehend. Meilenstein, erstes Bad freigeschaltet. Sehr gut. So, dann kannst du sie hier absetzen. Wegwerfen. Sehr schön. Warum schweißt du den jetzt? In Haya gehen. Okay. Aber müde. So, bei dir ist noch alles grün. Das ist gut. Das Jugendfest hat begonnen. Ja, schön für das Jugendfest. Level 4 der Bewegungsfähigkeit erreicht. Okay. So, du kannst dir mal was zu essen holen. Das hättest du eigentlich eben schon tun sollen, aber... Achso, war das das hier? Moment, dann ist die hier. Dann können wir die zurück tun. Der ist noch sauber und auf dem steht sie drauf. Dann könntest du mal noch... ...ein klassisches Gemälde malen. So, das kannst du auch noch aufräumen. Sehr gut. Singst du den Mülleimer an? Kann man machen, muss man aber nicht. So, die schlafen, das ist schon mal gut. Du brauchst noch... Nee, du brauchst Level 2, ne? Level 3. Und du brauchst jetzt erstmal Schlaf. So, aber zumindest... Spaß ist nicht ges... Der ist eher gesunken. Macht dir das keinen Spaß? Ja, ja, du sollst ja ins Bett gehen. Stell dich nicht so an. So, sie malt. Wir haben hier... Warm. Okay. Dann kannst du das hier mal runterstellen. Oder aus. So, manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wie soll ich mich mit anderen Dingen fertig werden, wenn ich nicht mal mich selbst unter Kontrolle habe? Mach Sport. Ja, würde ich schon sagen. Mach einfach Sport. So, dann kannst du das noch aufräumen. Wie geht's dir? Du brauchst Energie. Leg dich mal schlafen. Kannst du das auch aufräumen? Kommst du da dran? Wäre gut. War ja so klar. Kommt er nicht dran? Dann kannst du hier sauber machen und da auch aufwischen. Du hast... Ja, bei dir ist Spaß noch gut. Passt soweit. Das machen unsere Kollektoren. Die kann er noch mal säubern. Wenn er schon dabei ist. Verantwortung von Igor Karl reicht für den Erwerb des Merkmals verantwortlich aus. Sehr gut. Ja, sie ist aktuell nicht schwanger. Ich würde auch wieder warten, bis mindestens einer raus ist, dass wir wieder Zwillinge kriegen. So, bei dir ist soweit alles Energie traurig. Knie aufgeschrammt. Hab dich nicht so. Geh schlafen. Der ist wach. Wie sieht es bei ihm mit Hunger aus? Ja. So langsam mehr Auswahl füttern. Und dann würde ich sagen, dann wecken wir sie mal auf und füttern sie auch. Ja, die kommen mit die Fähigkeit erworben. Du musst aufs Klo. Kann das sein? Nö, nicht wirklich. Du brauchst halt Spaß. So, mehr Auswahl. Da war es schon eigentlich schon mit Flasche füttern. Niemand lässt diese Welt leben. Igor Karl weiß das. Igor Karl hätte nur nicht gedacht, dass ich so bald darüber Gedanken machen würde. Wie soll Igor Karl alles das erledigen, wenn der Sensemann schon an der Ecke lauert? Was? Sensemann, wieso? Und ihn solltest du auch noch füttern. Erstmal kannst du sie danach hier wieder absetzen und dann kannst du ihn füttern. Der hat ja noch Hunger, ne? Ja, der hat noch. Wie geht's? Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist. Nein. Conny hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Sehr gut. Können wir gleich verkaufen. Sobald sie die Pizza drin hat. So. Da müssen wir eh warten, bis das da... Ja, sollst du verkaufen. Ja, ja, heul nicht rum. Genau, gehen die Haier. Wenn die Leute dir vertrauen... Ja, ja. Was interessiert mich das? So, du müsstest gleich noch baden. Du kannst ihn da erstmal absetzen. Und dann... Duschen. Und anschließend kannst du mal noch aufräumen. Wenn wir schon dabei sind. Und... Sie schläft. Halleluja. Sie schläft. Wer hat die denn umgekippt? Plündern solltest du nicht wegwerfen, solltest du. Lass das. Das auch. Du kannst einfach nur wegwerfen. Und dann wie ein Champion pieseln. So, können wir hier eigentlich sauber machen. Boden putzen. Oh, die ist ja auch fertig. Du solltest eigentlich aufs Klo. Aber gut. So. Du brauchst immer noch Spaß. Verwende das mal. Traurig. Verlust in der Familie, weil Elternteil verloren hat. Oh, ist der Vater gestorben? Der Vater ist gestorben. Karl Raffen. Mein Beileid. Mein Beileid. Jetzt liegt da ja schon wieder Müll. Bist du das, der da den Müll hinlegt, oder was? Moment. Mietobjekt. Zocken ist magisch. Ja, ja. Zocken ist magisch. Ist das dieser blöde Hund, der das die ganze Zeit dahin pfeffert? 14 Tage noch. 5 Tage, 5 Tage, 4 Tage. Was hat sie jetzt gemacht? Du gehst in die Haya, oder? Ja, sehr gut. Du müsstest gebadet werden. Kannst du sie mal aufwecken. Und anschließend baden. So, mehr Auswahl. Kinderbetreuung. Baden. So. Sprechen. Machen wir sauber. So, du müsstest auch gebadet werden, ne? Mehr Auswahl. Baden. Was machst du, doofer Hund? Du sollst sie baden. Lass du dir eine Tochter in Ruhe. Dein Sohn soll das übernehmen. Du kannst hier noch ein bisschen Nektar herstellen. Wenn du schon was tun willst. So. So. Einmal baden. Zweimal baden. Danach darfst du das noch säubern. Und du darfst hier noch säubern. So. Ist schon praktisch, wenn man zwei große Kinder im Haus hat. Die können solche Sachen dann nämlich sehr gut übernehmen. Während die Mama hier im Apfelnektar rumpatscht. Oder im Apfeldings rummatscht. Ihn müssen wir noch auf Level 3 bringen, ne? Und er braucht irgendwie Spaß. Mehr Auswahl. Du hast Hunger. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Hm, hm, hm. Du? Nicht im Müll spielen. Wenn du spielen willst, dann spiel da mit. So, wir müssen mal kurz warten, bis sie fertig gematscht hat. Oh, wir haben wieder welche mit reifem Nektar. Sehr gut. Kann sie auch wieder sammeln. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld, was wir verdienen. Hier geht es momentan richtig, richtig gut finanziell, muss ich sagen. Da kann man sich echt nicht beschweren. So, Level 2, da war Fantasiefähigkeit erreicht. Sehr gut, was ist bei dir? Oh, alles grün. Sehr schön. Du willst zuschauen? So, er matscht im Essen rum. Kann er mal tun, aber du könntest eigentlich dann auch mal joggen gehen. Mehr Auswahl joggen gehen. Schadet dir auch nicht. Du joggst noch? Okay. Sie läuft los. Er ist daheim. Ach so, das war okay. Sie war nur außerhalb der Saison. Ups. Dann hätte sie nicht entwurzeln müssen, aber egal. Ich habe es eh nicht so mit Pflanzen. Was macht die Wäsche? Die ist noch nass. Du wirst müde. Und du... Könnte es mal langsam aufs Klo gehen. Du auch, by the way. Mach das vorher mal noch. Und geht danach erst schlafen. Bevor es hier wieder ein Unglück gibt. Er hat die Kochfähigkeit erworben. Feuer. Feuer. Könnte es ein bisschen enthusiastischer löschen. Er hat ihn nicht nur entdeckt, er hat ihn auch entfacht. Gut, dass wir Geld haben. Gut, dass wir Geld haben. 500 Simoleons kriegen wir. 504, das reicht nicht nur für die zwei Sachen. Kind muss aufs Töpfchen. So, du musst auch immer noch aufs Töpfchen. Ja, die zwei Säuglinge, die haben sie gleich mal drin gelassen, vorsichtshalber. Da hat jemand Hunger. Du kannst sie mal stillen und anschließend noch baden. Ich seh's nämlich... Ne, du müsstest baden. Oder duschen. Nicht das Kind. Der hat auch langsam Hunger. Was hast du doofe Nuss vor? Du bist doch eine Hohlfritte. Jetzt füttert er das Kind. Und anschließend kannst du sie hier erstmal absetzen. So, er hat aber auch Hunger. Das kann er dann gerade mal übernehmen. Oh, und da gäbe es eine Windel zu wechseln. Windel wechseln. Baden auch? Nö, baden nicht. Aber füttern kannst du ihn anschließend. Und dann hier wieder ablegen. So, und damit beenden wir auch mal die heutige Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr drüber freuen. Und es zischt und knallt in der Mieteinheit von einem Stromausfall. Okay, da gucken wir gerade noch nach. Da gucken wir gerade noch nach. Dann machen wir das noch. So. Reparieren. Das ist der einzige, oder? Ja, da müssen wir echt noch ein bisschen was machen in der Mieteinheit. Aber dafür muss der erst raus, der Mieter. Sonst wird das nix. Und das können wir auch reparieren. Dann klopfen wir halt erst an die Tür. Das kannst du aber, oder? Das kann sie ja hoffentlich. So, reparieren, reparieren. Alle kaputten. Eins. Was ist mit dem zweiten? Was ist mit dem zweiten? So. Genau. Wurde großartige Arbeit geleistet. Wischen wir mal noch auf. Und dann können sie wieder nach Hause. So. Da hat sie es zum Glück nicht weit. Mal gucken, wo jetzt die Babys wieder rumliegen. Meistens nicht dort, wo sie hingehören. Wusste ich es doch. Wusste ich es doch. So. Da ist jemand müde. Und da ist auch jemand müde. Du bist wütend, weil müde. Legt du dich auch mal schlafen. Du hast Hunger. Das kriegen wir hin. Ein Gericht nehmen, bitte. So. Und jetzt Nächster Versuch. Nächster Versuch. Die Folge zu beenden. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Like und einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.